Privet meine Glühbeeren und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir starten diesmal in unserem Haus. Ich bin nämlich reingegangen, da wir beim letzten Mal am Abend aufgehört haben. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, gleich sollte nämlich die Sonne dann wieder aufgehen. Wir sehen schon, der Mond steht tief. Das fällt mir auch gerade erst jetzt auf. Durch das Glasdach können wir richtig gut die Zeit beobachten. Ich habe deswegen gewartet, weil wir heute nichts am Haus machen wollen, in dem Sinne, sondern weil wir eher ein Bettchen bauen wollen. Deswegen werde ich vielleicht auch meinen Thumbnail ändern, weil normalerweise will ich halt auf dem Thumbnail immer zeigen, was sich ändert. Aber wenn sich jetzt das Haus nicht mehr ändert, glaube ich, stehe ich dann einfach hier und mache so ein Thumbnail und dann zeige ich, was sich im Innenraum ändert. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, weil einfach nur das Haus, das wäre ja immer langweilig. Ja, ja, ich überlege mir sehr viel über die Thumbnails. Lasst mich. Heute soll es darum gehen, dass wir uns... Wolle, 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 я kann nicht mehr reden. Wolle wollten wir uns holen und warte. Sehe ich es richtig, dass der Mond aufsteigt? Ich habe doch extra gewartet. Sag nichts, ich habe den Tag verpennt. Warum steigt der Mond auf? Er sollte untergehen. Well, I'm confused right now To be honest Naja, stört uns jetzt nicht so sehr Weil wir sind natürlich ein Überprofi Der nicht von irgendwelchen Mobs gekillt wird Hoffentlich Ne, was ich mir überlegt habe Ist, dass wir beim letzten Mal ja Hier auf der Insel nicht so viel Glück hatten Was Tiere angeht Deswegen wollte ich eh mit dem Boot Los starten, darum ist es nicht Allzu schlimm, dass sie jetzt Nacht ist Ich wollte aber eigentlich wirklich am Tag beginnen Ich habe keine Ahnung, warum es immer noch Nacht ist Na, obwohl Vielleicht geht die Zeit nicht weiter, wenn man Hier in dem Menü ist Geht die Zeit weiter? Es sieht sehr stark danach aus, dass die Zeit Still steht Ich bin ein Idiot, kein Wunder, dass die Zeit Nicht vorangeschritten ist Ich war die ganze Zeit im Game Menü Naja, wir wollen jetzt uns erstmal ein Bötchen Einbauen und dann heißt es, wir ziehen Gegen Osten Oder Norden, je nachdem, ich weiß es noch nicht Je nachdem, wo die Schafe wohnen Und gucken nach Dass wir uns irgendwie Wolle Besorgen und wieder zurückkehren Ich hoffe einfach, dass nicht weit von Hier sich eine Insel mit Schafen Befindet und wir uns Nicht am Rande eines riesigen Ozeans Befinden Worüber ich heute mit euch reden wollte Als allererstes wollte ich ein bisschen erklären Was denn gerade los ist Warum denn heute zum Beispiel Wieder Ahead in Time kam Und kein Staxel Auch wenn das vielleicht die meisten von euch Nicht so sehr interessieren wird Liegt das daran Also, ich will mir hier ein bisschen Vorräte mitnehmen Entschuldigung, falls ich ein bisschen heiser klinge Das liegt einfach daran, weil es Noch viel zu früh ist Für eine Aufnahme Aber Ich muss leider, leider, leider Leider Vor meiner Arbeit aufnehmen Weil ich danach keine Zeit habe Denn Ich muss mir außerdem merken In welche Richtung wir fahren Wir fahren Gen Süden Ich gucke auch kurz nach Was die Koordinaten nochmal sind Damit ich die dann im Video nachgucken kann Und fahre jetzt einfach los In der Hoffnung, dass wir da Möglichst bald auf eine Insel treffen Oh Und ich sehe gerade im Boot Verlieren wir keinerlei Hunger Das ist ziemlich gut Aber was ich sagen wollte Ich muss das hier kurz vor der Arbeit aufnehmen Da ich heute Abend Einen Termin habe Einen Fototermin Wer es nicht weiß Ich bin Hobbyfotograf In den Anfängen Also in den Kinderschuhen Und Eine Freundin von mir Hat sich bereit erklärt Oh Und da ist schon die erste Insel Das ist gut Das ist sehr gut Eine Freundin von mir Hat sich bereit erklärt Für mich als vierte Modell Da zu stehen Ja Ich habe meine Freunde Alle gedrängt Dass sie mir bitte helfen sollen Beim Fotomachen zu üben Weil am Anfang Wenn man Fotografie lernen will Wenn man es halt nicht studiert Oder so Oder keine Ausbildung Darin macht Da muss man halt wirklich Arg Viel üben Da kommt man nicht drum weg Üben 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 Und Da haben sich halt Zwei Freunde von mir Mal bereit erklärt Lowkey Fotos mit mir zu üben Weil ich Lowkey total mag Wer nicht weiß Was Lowkey ist Das ist halt Unterbelichtet Mit unterbelichteten Fotos arbeiten Das heißt Oder besser gesagt Ein Teil unterbelichtet Der andere Teil überbelichtet So nach dem Motto Und da vergiftet uns Erstmal hier die Hexe Ich habe komplett vergessen Dass die Hexen existieren Nebenbei Und wir sterben Fragezeichen Kann uns das Gift töten? Ich glaube das Gift kann uns töten Oder auch nicht Das Gift Zieht uns scheinbar nur auf Eineinhalb Herzen runter Und die Hexe nervt mich Können wir dem entgegenheilen? Heißt das eigentlich Eine Hexe kann uns alleine nicht töten Oder kann sie uns auch noch Irgendwie anders Schaden machen Wodurch sie uns dann im Endeffekt töten kann Ich hatte nebenbei Hoffnung Dass das da hinten Mobs sind Aber jetzt sehe ich erst auf der Karte Dass die Symbole nicht grün sind Sondern Ähm ja Eigentlich Mobs anzeigen Gibt es hier Noch mehr? Ne Okay Aber hier sind ein paar grüne Symbole Vielleicht sind das scharfe Eher nicht Wann geht denn der Mond unter? Okay bald Also bald ist Tag Und bald können wir uns Um die Sachen pflegen Aber ja Fotografie entwickelt sich langsam Zu einer echten Leidenschaft bei mir Was einfach daran liegt Dass ich nun mal Fotos mag Ich weiß Dass ich niemals Als wirklich professionell Fotograf arbeiten kann Aus dem simplen Grund Weil ich es erstens Wie gesagt Nicht gelernt habe Sondern nur Autodidaktisch Lerne Und das ist Bei sowas wie Fotografie Immer schlecht Kann man zwar lernen Ist aber nicht so gut So als kleine Kritik Von mir selber Ich würde das gerne abbauen Ehrlich gesagt Aber ich bin hier eigentlich Nicht zum abbauen Aber ich kann das dennoch abbauen Ich habe nämlich genug Utensilien dafür Dafür muss ich mir aber erst Wieder hier so eine kleine Spitzhacke bauen Aber ja Und die gute Freundin von mir Die hat sich bereit erklärt Und das übe Während ihr das guckt Also zumindest wenn das Video Hier rauskommt Werde ich wahrscheinlich Schon fertig sein Und ja Da will ich einfach Ein bisschen üben Wer sich nebenbei Für meine Fotos interessiert Kann gerne auf meinem Instagram Account Vorbeischauen Ich habe den jetzt Nicht so auf meinem Kanal Verlinkt glaube ich Ich bin mir nicht sicher Ob der vielleicht Bei meiner Kanalbeschreibung Verlinkt ist Aber einfach bei Instagram Nach Sandoron suchen Dann solltet ihr Ein paar Fotos von mir finden Die eigentlichen Fotos Wo ich halt wirklich Angefangen habe Mir bei meinen Fotos Mühe zu geben Sind die ab Dem gebastelten Hammer Den ich für das Zombie Gewinnspiel Damals gemacht habe Alles davor Das sind so Total beschissene Fotos Das gebe ich gerne zu Aber das danach Das sind Fotos Wo ich mir wirklich Mühe gegeben habe Wer sich interessiert Meine Freundin Die macht auch Ganz gerne Fotos Mit meiner Kamera Aber auch mit ihrer Handy Kamera Kriegt sie Richtig schöne Fotos hin Man merkt zwar An der Qualität Dass es eine Handy Kamera ist Aber sie hat ein Sehr sehr gutes Auge Wie ich finde Für Fotos Einfach nach Mrs. Sandoron suchen Dann solltet ihr Das auch finden Was ist mit meiner Stimme los Ich habe auch Ein Foto von ihr Auf meinem Account Also da könnt ihr Gerne vorbeischauen Wenn ihr euch dafür interessiert Würde mich auf jeden Fall Freuen Aber ja Ich Also Ich persönlich Habe bisher mich Wirklich eher mit Insekten Fotografie Und Pflanzen Beschäftigt Bevor ich jetzt Zu Menschen umgestiegen bin Und Ich übe halt gerne Meine Freundin Die macht es wirklich Nur so aus Spaß Die ist jetzt nicht so Darauf aus Auch die Technik Oder so zu lernen Sie macht es nach Gefühl Was ihr besser gelingt Als mir Ich muss das wirklich Systematisch Nach Technik machen Damit es irgendwie gut aussieht Und Oh mein Gott Oh mein Gott ey Meine Stimme Was ist mit meiner Stimme los Hilfe Habe ich hier irgendwo Wasser Habe ich hier irgendwo Ja ich habe Wasser Vielleicht hilft das Ich merke halt Okay das hat mir nicht geholfen Ich merke halt auch Dass meine Stimme Nicht mehr so sehr Reize gewohnt ist Ich Habe ja schon Öfter erwähnt Dass ich ja In der Schule arbeite Und Laut Karte Sollten hier Mops sein Sind hier aber keine Ähm Und ich hatte gestern halt Wieder meinen ersten Arbeitstag Nach Äh Etwas längerer Zeit Die ich nicht arbeiten konnte Aus Verschiedensten Gründen Und Ähm Ja Ich Ich habe halt gemerkt Meine Stimme hat versagt Und auch wenn ich länger aufnehme So Mit der Stimme Ähm Habe ich so manchmal meine Probleme Deswegen Entschuldigung Ich bin es halt wirklich Mit dem Aufnehmen Nicht mehr so gewohnt Komme ich aber hoffentlich Wieder mit rein Nebenbei Wer es nicht mitbekommen hat Ich habe auf meinem Nebenkanal Der ist in der Videobeschreibung Immer verlinkt Äh Ein Vlog hochgeladen Da werden jetzt Hoffentlich wöchentlich Auch auf meinem Nebenkanal Vlogs erscheinen Wer will Kann sich den Vlog gerne angucken Und mir gerne in den Kommentaren Seine Kritik hinterlassen Das ist bisher glaube ich Nur so eine kleine Begrüßung Wo ich so ein bisschen erkläre Was Hier jetzt abgehen wird Und Was ich jetzt plane zu tun Und warum gibt es hier nur Schweine und Hühner Ich meine Okay das ist nicht schlecht Ich werde mir auch gleich Ein paar Schweine snacken Weil ich Oh mein Gott Wir haben ein Schaf gefunden Und es hat uns Drei Wolle gegeben Hier sind Schafe Wir haben Schafe gefunden Welch glorreicher Tag Wir haben jetzt sieben Wolle Und noch mehr Wolle Noch mehr Wolle Ich kann nicht genug Wolle kriegen Also langsam glaube ich Ich bin erkältet Ich bin am Niesen Meine Stimme versagt Naja ich hatte vor kurzem Eine leichte Erkältung Mir zugezogen Aber wir haben Schafe gefunden Schafe Schafe Mäh Mäh Schafe Okay ich sollte auf Das klingt so nervig Oh mein Gott Wir haben endlich Schafe Das heißt wir müssen die Nacht Nicht mehr überstehen Wir können jetzt einfach Die Nacht durchschlafen Wie schön ist das Wir müssen nicht mehr Schlaflose Träume leben Schlaflose Träume Was rede ich da Keine Ahnung Aber ja Erstmal hier so ein paar Schäfchen wollte ich sagen Schweinchen snacken Und dem Huhn dabei zuschauen Wie es in Lava versenken wird Keine Ahnung Warte Ich habe eigentlich erwartet Dass es in der Lava landet Aber es ist schon vorher gestorben Einfach durch unseren Schlag Gibt es hier noch mehr Schafe Ich möchte halt nicht noch mal Auf die Suche gehen Deswegen möchte ich hier So viel wie möglich mitnehmen Von der Wolle Aber ich glaube Das war es jetzt erstmal Hier an Schafen Naja Acht Wolle reicht jetzt erstmal Wir wollten ja nur ein Bett In Anführungszeichen Ähm Aber ja Haben wir jetzt Genug Schafe Ich glaube ja Wir werden uns auch noch Irgendwann kümmern So eine kleine Tierzucht Aufzubauen Vielleicht baue ich das sogar Hier auf dieser Insel Damit ich mir nicht die Mühe Geben muss Das übers Meer zu tragen Weil ich ehrlich gesagt Nicht mal weiß Wie man diese Tiere Übers Meer tragen soll Vielleicht installiere ich mir Auch eine Mod die das ein bisschen Einfacher gestaltet So von wegen Dass ich mir Eier abzapfen kann Von den Tieren irgendwie Da gibt es bestimmt Irgendwie eine Mod Wenn man die Tiere Die ganze Zeit tötet Dass man dann Ähm Ja Die Eier bekommt Aber ja Das wäre jetzt erreicht Also unser Ziel Wäre jetzt erreicht Das heißt wir können jetzt Zurück gehen Zu unserem kleinen Häuschen Und vor allem danach dann Den Part auch glaube ich Beenden so langsam Naja wir haben ja noch Zeit Äh davor will ich aber Hier noch ein bisschen Kohle abbauen Ich wollte mir eigentlich Eine Steinspitzhacke bauen Deswegen habe ich mir auch Vorhin Stein abgebaut Aber Keine Ahnung Ich bin faul Da baue ich lieber ganz langsam Mit der Holzspitzhacke ab Naja es funktioniert ja Aber ja wie gesagt Das mit der Fotografie Ist jetzt so ein kleines Hobby von mir geworden Woran ich Spaß habe Wenn ihr die Fotos halt Auf meinem Instagram Account Anschaut und dazu Kritik habt Falls ihr euch mit Fotografie Halt auskennt Könnt ihr das auch gerne äußern Ich versuche schon seit Wochen Mit einem Zuschauer von mir Der halt Fotografie gelernt hat Oder lernt Ich weiß es nicht Wie weit der jetzt ist Aber halt Als Fotograf auch arbeitet So wie ich es verstanden habe Äh von ihm in Erfahrung zu bringen Wie er meine Fotos findet Aber irgendwie schaffen wir das nicht So einen Gesprächstermin festzulegen Weil mal kann ich nicht Mal kann er nicht Aber ja Ich versuche daraus wirklich Ein ernsthaftes Hobby aufzuziehen Einfach weil Ich in meinen Träumen Vielleicht irgendwann so Hobbymäßig als Fotograf Bei Events arbeiten kann Oder so Zum Beispiel hat meine Schule Auch schon gesagt Wenn es irgendwelche Events geben wird Ich habe zum Beispiel auch Bei so einem Sport und Tanz Event Da schon als Fotograf gearbeitet Ähm Dass sie mich da gerne fragen Dass ich da als Fotograf bin Ich habe bisher da auch nichts verdient Weil ich ja wirklich noch ein Anfänger bin Und ein Laie Und ich deswegen gesagt habe Ey Ich kenne mich mit Fotos nicht aus Ich würde das aber gerne üben Und wenn ihr mir die Möglichkeit gebt Äh Diese Fotografie zu trainieren Wäre ich euch sehr dankbar Und da haben die halt einfach gesagt So Ja Kannst du machen Wir haben ja zugesehen Privatfotografen Der das uns alles kostenlos macht Weil wenn ich das kostenlos mache Brauche ich mir auch keine Sorgen machen Dass jetzt irgendwer ankommt mit Ey Wir wollen unser Geld zurück Deine Fotos sind scheiße Weil natürlich sind meine Fotos Nicht so gut wie von einem professionellen Fotografen Aber Ich möchte halt wirklich das Ein bisschen üben Weil ich Spaß dran habe Ich finde Das Leben ist viel zu kurz Um Dinge zu machen An denen man keinen Spaß hat Darum habe ich auch sehr viele Hobbys Wenn ich ehrlich bin Zum Beispiel Fotografie Fotografie mache ich Sehr sehr gerne YouTube natürlich Ich habe mich Mit Programmieren befasst Ich habe ja auch Informatik so gesehen Zum Teil studiert Als Nebenfach Ähm Ja Da habe ich halt auch Einige Sachen gelernt Oder besser gesagt Nicht gelernt Weil ich Das Programmieren schon In diesem Ausmaß beherrschte Weil ich einen sehr guten Programmierlehrer in der Schule hatte Das ist glaube ich das einzig Positive Was ich aus der Schule mitgenommen habe Dass wir wirklich Informatik Sehr intensiv gelernt haben Ich habe auch mein Abitur In Informatik geschrieben Was Interessant war Ich war nach einer halben Stunde fertig Und bin danach einfach in den Unterricht gegangen Ja Ich bin nach meinem Abi In Informatik Einfach wieder in den Unterricht gegangen Weil das Die Abi Prüfung war auf drei Stunden ausgelegt Ich war nach einer halben Stunde fertig Hatte alles richtig Und Dachte mir Komm Ich gehe einfach mal In den Unterricht Und Sitz dabei Die Leute waren total schockiert Weil die waren so Äh Hast du nicht deine Abi Prüfung Hast du das vergessen Oder wie Äh Junge Du hast doch jetzt dein Abi Aber ja Und wir haben unser Boot wieder gefunden Wow Ich habe das nicht erwartet Äh Ich habe nämlich Mich eigentlich nur nach Norden gerichtet Um das Boot wieder zu finden Und Tja Ich bin talentiert Aber wir sind Mit Recht guter Ausbeute Hier Von dieser Insel weggegangen Gut zu wissen Dass wir in der Nähe So eine richtig große Insel Mit ganz viel Zeug haben Und das heißt Wir wissen schon mal Wo wir immer zum Farben hingehen Dann Verunstalten wir auch nicht unsere Insel Wo wir Ja eigentlich bauen wollen Aber ja Ähm Worüber wollte ich eigentlich noch reden Ich glaube das war eigentlich so Das an Themen Was ich sagen wollte Achso meine Hobbys Äh Elektrotechnik ist auch ein sehr großes Hobby von mir Was ich auch mit YouTube noch verbinden will Weil ich vor kurzem auch bemerkt habe Dass das scheinbar Ähm Sehr unterbesetzt ist Im deutschsprachigen Raum Denn ich habe eigentlich ein richtig schlechtes Video Bei Cheap Crafting So heißt mein Elektronik Channel gemacht Über eine LED Beleuchtung Die man für 5 Euro machen kann Und die hat einfach Ich glaube 4000 Aufrufe Also die hat richtig viele Aufrufe bekommen Und die Leute abonnieren mich Und ich kriege halt monatlich immer noch 200 Aufrufe oder so Für ein Video was überhaupt nicht gut ist Bin ich da ganz ehrlich Und das wundert mich halt Das wundert mich echt Naja Mich freut es halt Weil ich mir dann so denke Komm Dann kann ich ja da öfter Videos machen Wenn es den Leuten gefällt Ich meine Mir geht es jetzt nicht um die Aufrufe per se Sondern es zeigt mir einfach nur Dass die Leute solche Videos haben wollen Ich mag nebenbei das Bett in diesem Texture Pack überhaupt nicht Oder liegt es daran Dass es so ein Birchwood ist Weil das Texture Pack ist ja schon an den Standardtexturen orientiert Aber halt mit Ähm Den Jahreszeiten Habe ich ehrlich gesagt bisher nicht viel von mitbekommen Aber ja Äh Mit den Hobbys Wie gesagt Elektrotechnik YouTube Dann Mit der Aquaristik Habe ich auch noch ein bisschen was zu tun Da will ich das vielleicht noch expandieren Auf eine kleine Schneckenzucht Weil mich Also Ich habe halt so ein kleines Aquarium Und da habe ich in letzter Zeit Schlammschnecken bekommen Die ich über Halt Pflanzen Mir reingebracht habe Und dann erfahren habe Dass Schlammschnecken scheinbar Ähm Sehr gut zum Züchten geeignet sind Und die Leute sehr viel Spaß daran haben Sie zu züchten Und da habe ich mir überlegt Hm Könnte ich mir eigentlich so Also ich versuche halt immer Meine Hobbys zu kombinieren Ich habe auch die Aquaristik Mit der Fotografie ein bisschen kombiniert Wenn ihr auf meinen Instagram guckt Und da habe ich mir halt so überlegt Ja Könnte ich eigentlich so Elektrotechnik Mit der Schneckenzucht kombinieren Dass ich mir So Äh Halt so ein kleines Aquarium baue Wo ich die Temperatur regeln kann Und alles Und das ganz cool gestalte Ja Und äh Halt Fotografie Elektrotechnik YouTube Aquaristik Und Kampfsport Das sind so meine Fünf Hobbys Und ihr könnt euch vorstellen Weswegen ich kaum Zeit habe Weil ich halt all diesen Hobbys nachgehen will Und auch Äh Von der Geldsicht her Ist es sehr schwer Aber Wie gesagt Das Leben ist zu kurz Um Dinge zu machen Die einem keinen Spaß machen Und um Dinge auszulassen Die einem Spaß machen Darum beschäftige ich mich sehr gerne Mit meinen Hobbys Und ich versuche sie auch immer zu kombinieren Damit ich ein bisschen Zeit und Geld spare Und Schreibt mir mal einfach eure Hobbys in die Kommentare Würde mich sehr interessieren Vor allem Weil ich euch dadurch besser kennenlernen könnte Das ist der Vorteil einer kleinen Community Und an wenig Zuschauern Ich lerne meine Zuschauer so ein bisschen kennen Und Ja Falls euch das Video gefallen hat Lasst es mich wie immer gerne wissen Auf Wiedersehen Leute Euer Zandoron Zandoron